Wir kommen zurück zu TechEd mit den üblichen, äh egal. Nein, Grass Bugs, Grass Bugs, wieso hab ich immer noch Grass Bugs? Verdammt, egal, ich werd eh nicht draußen sein. Camp man immer. Hm, weißt du, ob ich jetzt mal den, 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 den Cobblestone-Senerator fertig gekriegt hab? Äh, nein. Nein. Oh, mir klar. Oh, mir klar. Ich hab's gegenseitig überholt. Ne, 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 ne. Ähm. Und heute kommt wirklich gut im Fernsehen nicht mal. Sicherlich. Ich hab nachgeschaut. Oh, ich bin schon soweit. So, eigentlich kommen schon ein paar Sachen in Fernsehen, aber egal. Zum Beispiel. Weiß ich nicht. Wenn ich sag, dass es gut, dann zählt das bestimmt als Verbo. Egal. Ähm. Dann mach kurz die Aufnahme auf und sag, ich kann nämlich hier, ich kann mich hier fernsehen, während ich zock. Also, ich bin so wichtig, außerdem bist du dann wieder abgelenkt und so wie ich dich kenn, findest du die Filme sowieso schon, als sie die ich gut finde. Hm. Nein. Ja. Ja, das ist mit zu wichtiger Sicherheit. Guck mal mit. Ich brauche, gezeugt euch. Ich brauche... Larm. Das war alles gut. Das war alles gut. Habe ich's letzte Mal irgendwie gecheatet oder so? Alter, was geht? Habe ich gecheatet letztes Mal? Ich meine, ich hab grad fünf Diamantle. Nee, die hast du am Ende doch gefunden. Vergessen. Das kann natürlich sein, dass du gesheatet hast, aber da wurde doch einer von dem Creeper weggespringt. Du erinnerst dich? Ach genau. Ich hätte eigentlich die nächste Macht gefunden, einer von dem Creeper weggespringt. Ist echt der Cheework bei der Aufnahme dabei. Kann man aus Kürbis mir irgendwas Essbares zubereiten? Äh, früher mal, später vielleicht wieder und ähm, noch nicht. Okay. Äh, Bökel, tu mal so als Frage. Hast du Wolle an deinem Haus oder ist es Glas? Oben. Das ist Glas, ich hab keine Wolle. Okay, dann werde ich jetzt ernsthaft gleich mal Minecraft-Also-Ticket neu starten, weil das ist ein bisschen scheiße. Wenn Glas aussieht wie Wolle. Nee, nee, das ist Wolle, das ist Wolle, das ist alles. Das ist alles Wolle! Das ist grün einfach nur ein grüner Klumpen. Äh, Gras einfach nur ein grüner Klumpen. Grün ist nur ein grüner Klumpen. Grün ist nur ein grüner Klumpen. Und bei mir gibt's... Was redest du grad? Ich bin hier doch direkt neben dem Lavasee. Ich bin hier doch direkt neben dem Lavasee. Warum möchtest du nicht genau und warum ist der Glas in der Wand? Nee, ist Redzone. Sieht aber genauso aus wie Klaas. Also wie ein Wollblock. Der hasst mich. Also das in diesem Universum hasst mich. Ja, ja, ja. Äh, mein Internet... Äh... Wie soll ich nur letztlich analistisch? Ich brauche noch ein paar Beispiele. Äh, äh, worauf ich jetzt... Nachfüllen ohne gleich zu sterben. Aber davon hätte ich eher nachdenken sollen. Ob du jetzt sterbst? Nee, wie ich's mach, dass ich nicht sterb. ETF, was mach ich? Ich brauche das! Ah, ich brenne! Brenne, Zombie, brenne! Nee, ich hab gebrannt. Ich bin kein Zombie. Doch, du bist ein Zombie. So, jetzt brauche ich mehr Lavaeimer. Schwarz ist scharf! Ich glaube... Es war doch nicht so dumm, was ich gemacht hab. Bild mir dann eins. Oh. Meine eigenen Gedanken verwirren mich. So. So. Ich bin nicht hier schonmal... Hab ich letztes Mal noch irgendwas zu dem Waypoint gesagt, den ich gesetzlich auf dem Waypoint mit dem Geld siltsam nahm. Was? Wieso bin ich jetzt hier? Das hast du gesagt. Hä? Weil dich dieses Spiel hasst. Darum. Ja, das ist offensichtlich. Jey. Ich geh jetzt dann sterben. Hä, 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 hä. Nee, doch nicht, die Hülle ist doch. Das war was Gutes. Hä? Warte mal. Wer hat überlebt? Deinem Herz. Mach jetzt hier einfach alles weg, dann geht das. Wer ist der? Wer ist der? Wer hat überlebt? Ich. Oh, das ist nicht gut. Oh, ein Boot hab ich noch. Ich hab das Gefühl, dass ich hier irgendwann gleich in der Lavas boh'n. Irgendeinen Bug. Ich geh jetzt nicht drauf, komm schon. Rock mit Flash. Reiter-Milch. Ach, ich hasse, diese wahrscheinlich in der Internetverbindung. Na? Äh. Ja? Ich brauch noch mehr Cleanstone. Hm. So, jetzt könntest du eigentlich schon aktivieren. Schau womm mal. Prozent es ist gut jetzt recht extrem bei wegen zu haben zu wie viel Diamant Brüder ich brauche 6 Diamanten verdammt scheiß Creeper ich habe und 6 es gibt doch nicht kann nicht vielleicht nachher eingeben ich weiß gerade nicht durch Brauch Wofür braucht man eigentlich dieses Worte so Covalent Stars, wofür braucht man den sonst noch? Weiß ich nicht, schau doch einfach nach Warte, ich glaube es geht schneller wenn ich und stütze es mal ab Ah, wenigstens habe ich jetzt die Bugs nicht mehr So, vielleicht sollte man die Maschinen einschalten, dann wird es bestimmt besser funktionieren Ich glaube mal auf die schlaue Idee gekommen Ich baue mir den Oh gut, der Minecraft Sound ist verpackt Dann stört mich die Maschine nicht Na, Gott, bitte nicht Für meinen Super-EMC-Generator Für meinen Super-EMC-Generator brauche ich, warte 36 Diamanten Ne, Cobblestones Hä, ich check gerade nicht mal, welche Textur von welchem Block die Textur gerade verpackt ist Achso, von Cobblestones Warum muss ich immer irgendwas verpackt sein? Kannst du mal 72 Diamanten leihen? Wieso? Da kann ich einen Super-EMC-Generator bauen Ich weiß, dass man die Aber das verbraucht 72 Diamanten Ich weiß, dass man die 72 Diamanten Ich weiß, du willst den EMC-Generator bauen, den ich auf der anderen Welt aufgebaut habe Ich sage hier, der ist extrem überteuert Ich weiß nicht, welchen du gebaut hast Ich habe einen gemacht, der Ich weiß nicht, welchen Der ist mit dem, was du bauen willst Und den werde ich hier nicht bauen, weil Einfach doof ist Ne, warte Weil 72 Diamanten Weil der einfach extrem cheaterhaft ist danach Kann man sich einfach alles entschicken So Mit dem hier geht er Der ist noch nicht so cheaterhaft Ich brauche Tim Wo habe ich Tim? So, da mache ich mir jetzt die ganze verschiedene Arten von Covalence Dust Und dust Und dust Und dust Und dust Hä? Man kann einmal auch aus Tim machen Äh, Bökel Die Band Ach so Ich weiß nicht mehr für was, aber für irgendwas brauchte ich Obsidian Oh, die haben den EMC-Generator Die aber nicht Amt Ah, Redstone und Eisen Das war's Eisen Komm her Schwer zu glauben, aber ja, ich habe Eisen Das ist wirklich schwer zu glauben Ja, okay, ich habe allerdings auch Diamanten und das ist auch nicht Doch Komm jetzt auch nicht oft vor Das ist absolut glaubwürdig So Ähm Wahrscheinlich werde ich nach der Aufnahme Du legst dich in deinem Zimmer auf dein Bett und heulst, so wie immer Ja, das sowieso, aber Ähm Toll, jetzt hast du mich aus dem Konzept gebracht Ich werde den Server wahrscheinlich noch ein bisschen anlassen Und damit äh Diamanten generieren und so Ah genau, ich wollte mir einen Bird Inker bauen Dazu braucht man Zwei Diamanten Und ich habe Genau Einen Diamanten Also eigentlich habe ich zwei, aber einen davon brauche ich Los Äh Gibt das? Ne, das geht nicht Gibt das? Mhm Wird die Maschine später dann wahrscheinlich noch weiter ausbauen Ich denke Ja, tue ich wirklich Nicht zu, Warterstein Ich glaube ich dir nicht Ähm Ich werde jetzt erst mal ein bisschen Sugarcane hier weg tun. Tschüss! Oh, den einmal brauche ich noch nicht. So. Psydian ist auch mal da rein. Kopfer. Äh, Kopfer. Wie komme ich auf Kopfer? Das ist nicht mal ein Wort. Dafür will ich den jetzt nicht für spenden. Obwohl, ich hab da oben auch noch welche. Dafür will ich den Kohle vor allem. Ich darf ja nicht für spenden. Ja. Hab ich überhaupt 4 Gold? Ich hab... Ich hab ohne Scheiß nur 4 Gold. Ach ne, hier hab ich noch ein bisschen. Cool, es gibt wireless Receiver. Cool, man kann in Minecraft ab sofort Fernsehen, es gibt Receiver. Nee, das hat auch schon Dreadstone zu tun. Ich weiß, dass du das wusstest. Ich weiß, aber und so. Und so. Receiver und so, Fernsehen. Das sieht alles so buggy aus. Sieht fast so buggy aus, wie es ist. Warum heißt es eigentlich Minecraft und nicht Bugcraft? Ich weiß es nicht. Wusstest du schon mal irgendwann irgendetwas? Die Antwort darauf wissen wir doch alle. Nein. Äh, Wasser. So, und wenn ich das hab, was mach ich dann? Okay. Ich könnte mal Maschinen bauen. Also im Endeffekt will ich ja dann mit Atomenergie, aber ich glaube dazu ist es jetzt doch noch ein bisschen zu früh. Okay, ich brauch zwei Cleanstone. Ich könnte erstmal Lava-Energie nehmen. Lava? Nee, nee. Alter, das gibt's gar nicht. Ich bin Out of Cobblestone. Aha. Komm mal einfach her, hier ist genug Cobblestone. Gab's das schonmal? Nee, ich will, dass du auf dem Cobblestone sitzen bleibst und ich weiß wohin da bist. Wieso? Ich weiß ja, wo ich wohin da bist. Ich tu dann einfach die EMC-Maschinen, aber wenn ich da kurz das Ding raus tu, also der wird da automatisch reingetan, aber wenn ich das Ding da kurz raus tu, dann ist sie sofort voll damit. Was, was mich nervt bei den Dingern? Man kann ja noch einen zweiten Weg zur Kiste legen, dass das dann in die Kiste tut. Das Problem ist nur, dass der Energy-Condenser kein Zeug aus der Kiste rausnehmen kann. Genau.